So, erstmal hallo an alle, ähm, ich werde jetzt unaufgewärmt etwas spielen, und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, ich möchte an dieser Stelle mal kurz zwei YouTuber grüßen, und zwar sind das zum ersten, ähm, einmal Eistee-Zocker, und, ähm, ja, kein Problem, ähm, egal, und zum zweiten, ähm, Moment, der Name ist etwas, äh, gewöhnungsbedürftig, ähm, Madizzle Schizzle, ja, äh, an dieser Stelle, wie gesagt, herzliche Grüße, ähm, die Personen, die genannt wurden, wissen, wer gemeint ist, und ich werde jetzt einfach mal was spielen, weil ich öfter schon die Mailung bekommen habe, dass einfach ein bisschen was zu viel gelabert wird bei meinen Videos, was ich verstehen kann, deswegen schreibe ich meistens in der Beschreibung auch, wann das mit der Gitarre dann anfängt, obwohl es sich dann lohnt, zuzuhören. Ja, wie gesagt, ähm, ich bin unaufgewärmt, und, ähm, falls ich mich verspiele, tut's mir echt leid, aber viel Spaß. Ja, wie gesagt, okay. Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020